So Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns an, was macht eigentlich die Forschung umweltfreundliche Luftfahrt genau. Und bei mir sind halt momentan schon die ersten beiden Stufen erforscht. Das heißt, wir können uns jetzt nur noch den Sprung von der zweiten zur dritten Stufe anschauen und das werden wir jetzt auch machen. So, ich nehme hier dafür jetzt random irgendein Flugzeug und ihr seht, dass die Flugkosten momentan bei minus 1,081 Millionen Dollar liegt und die sonstigen Kosten liegen hier bei 604 Millionen Dollar. Wir springen jetzt mal vier Tage nach vorne, wenn ich die Forschung quasi schon abgeschlossen habe. So, jetzt vier, fünf Tage später sehen wir, dass die sonstigen Kosten nur noch bei 545 Millionen Dollar liegen und dadurch sehr, sehr stark reduziert wurden. Wenn ihr also so viele neue Flugzeuge habt, bei denen dann diese sonstigen Kosten reduziert werden, wie jetzt hier bei dem Airbus A380, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. So, das war's auch schon mit dem Video, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.